Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Democracy 4 Video, diesmal USA Schnellklickrunde. Das Ganze stammt aus einem Stream, den ich anlässlich der Veröffentlichung der Beta-Version von Democracy 4 aufgenommen habe. Ich streame jeden Dienstag auf Twitch Dienstagspolitik, normalerweise ist Romy Höhne, eine Politikwissenschaftlerin, auch noch mit dabei, die war nur dieses Mal krank. Aber wir gucken uns hier jetzt mal die USA an und schauen, wie schnell man durchkommt. Am Anfang erkläre ich nochmal, wie Democracy 4 funktioniert, wie die ganzen Abhängigkeiten sind und dann geht es ruckzuck durch die USA durch. In jedem Fall viel Spaß. Und hier haben wir die letzte Version. Das hier ist technisch noch eine Alpha, aber ich glaube, die ist sehr, sehr nah an dem dran, was wir als Beta-Version haben. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir werfen uns frisch rein in diese Nummer hier. Es gibt mittlerweile 5 Länder, die man spielen kann. United States of America, United Kingdom, Deutschland, Frankreich und Kanada. Im Moment ist es immer noch auf Englisch und es ist sehr, sehr spannend, wie diese verschiedenen Länder tatsächlich alle simuliert sind. Ich würde einfach mal, weil, ich weiß nicht, wir können ja einfach mal die United States of America aufmachen und uns das mal reinpfeifen, wie das aussieht. Also es wird hier tatsächlich etwas simuliert, nämlich, dass man ein, dass man gerade quasi die Wahl gewonnen hat und versucht wird, das ganze Land in irgendeiner Repräsentation darzustellen. Also drücken wir erstmal auf Play. Es gibt im USA ein Zwei-Parteien-System, deswegen müssen wir hier Three-Parties nicht drücken. Test-Party mit Smiley und meine Opposition-Party-Name ist The Eternal Freedom Party, finde ich eigentlich, die beiden Namen finde ich eigentlich großartig. Ich mache mal die Schwierigkeit ein bisschen hoch. Okay und starte auf. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Also wir sind halt quasi, wir sind auch quasi gerade gewählt worden. Ja, das hat ja nichts mit Trump zu tun. Das ist ja eine alternative USA, könnte man sagen. Ich bin der neue Präsident der USA. Hier sind so großartige Marker, Bruttoinlandsprodukt, Gesundheit, um Gottes Willen, Ausbildung, Armut, Verbrechen, Arbeitslosigkeit. Ja, es gibt hier viele Probleme. Probleme sind die roten. Aber erstmal, wie es dargestellt ist, in weiß haben wir hier Gesetze. Das heißt, wenn ich hier so drauf Pressefreiheit oder unterstützte Schulbusse sind Sachen, die wir direkt einstellen können. Oder hier Racial Discrimination Act, wo wir Dinge ausgeben können und wo wir hier an diesem Regler spielen können. Das sind Sachen, die wir direkt beeinflussen können. Davon können wir auch neue Gesetze einführen. Und die blauen hier, so zum Beispiel, Stabilität, sind Sachen, die wir nicht direkt beeinflussen können. Oder auch die Gesundheit. Die hängen von ganz, ganz vielen Sachen ab, die man hier rechts sieht. Und dann kann man da drauf drücken und dann kommt man zu den Sachen, die man vielleicht beeinflussen kann und so weiter. Das heißt, da haben wir nicht direkt Einfluss drauf, nur mittelbar. Und rot sind unsere Probleme. Für die USA sind das Proteste gegen die Umweltverschmutzung. Dann haben wir ja die nicht wettbefehlsfähige Wirtschaft. Wir haben ein massives Verschmutzungsproblem. Die müssen wir alle unter den grünen Balken bringen. Wir haben das Problem, dass die Krankenhäuser überlastet sind. Wir haben ein Fettleibigkeitsproblem. Das würde ich aber sowas von sagen. Wir haben einen Doktorstrike, der im Moment läuft. Wir haben eine Asthmaepidemie. Krass, wir haben totale Überfüllung der Gefängnisse. Wir haben Alkoholmissbrauch. Und wir haben antisoziales Verhalten. Vandalismus, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Kleinkriminalität auf der Straße. Ja, das sind unsere Probleme, die alle negativ auf uns auswirken. Hier links haben wir verschiedene Fokusgruppen. Also Kapitalisten, Pendler, Konservative. Und dieser blaue Balken, den man da hinten sieht, das gibt einem Aufschluss darüber, wie viele das sind. Aber nicht in absoluten Zahlen, sondern ein Mensch kann sowohl Kapitalist als auch Motorist sein, als auch Eltern, als auch Patriot. Diese Sachen vereint er auf sich. Wie stark, ist immer davon abhängig. Naja, kommt halt, ist halt von der Persönlichkeit abhängig. Und hier sind unsere Zustimmungswerte aufgelistet. Ja, also wie die Armen. Es sind relativ viele Arme, die es hier gibt. Aber die Armen stimmen uns sehr, sehr zu. Unsere aktuellen Regierung, könnte man sagen. Ja, das mit der Gefängnisfüllung könnte gut mit dem Rassismus zusammenhängen, wird jetzt auch gerade im Chat gesagt. Unsere Popularität, die generelle Overall Popularity, ist relativ niedrig, weil ich die Schwierigkeit hochgesetzt habe. Es gibt einen sogenannten Kompass. Wir sind sehr auf der kapitalistischen Seite. Hier und ein bisschen im Liberalen, nicht so sehr im Konservativen. Und man sieht schon, die Gruppe der Amerikaner befindet sich eher hier so in der Mitte. Nicht so sehr weit auf der sozialisten Seite, eher auf der kapitalisten Seite. Aber konservativ und liberal eher ausgeglichen. Und hier mal so Fokusgrub. Man kann sich das einzeln angucken, was diese Menschen sagen. Also welche Einflüsse es gibt und welche Dinge von wo darauf auf diesen einzelnen Menschen wirken. Warum er unserer Position zu 37,34% zustimmt. So sieht das aus. Wir können, man kann halt total viel in dieses Spiel hineinsteigen. Es gibt Graphen, wo ich das zur Verfügung stehende Einkommen habe. Ich kann die Verteilung auf das Original Einkommen machen. Die Votertypen, wo wir Zustimmung haben, wo nicht. Fokusgrub waren wir eben drauf. Changes haben wir noch keine gemacht. So funktioniert es im Großen und Ganzen. Und es ist halt, wir haben schon relativ viel davon gespielt. Wir sehen hier, die Eternal Freedom Party ist uns auch auf dem Fernsehen. Wir haben nicht wirklich fanatische Supporter. Wir müssen uns auch so ein bisschen darüber Gedanken machen, wie unsere Spender-Situation und unsere Mitglieder-Situation ist. Testparty, wir haben nur Spender und keine Mitglieder. Das ist ein bisschen schwierig. Und hier können wir Dinge tun, was wir auch bisher irgendwie noch nicht angefasst haben. Also es ist super komplex. Man kann neue Policies einführen. Da gibt es sieben Kategorien, wo sehr, sehr viele Sachen drin sind. Und alles dreht sich darum, dass man politisches Kapital ausgibt. Das ist das hier. Das kommt aus unserer Popularität. Es kommt von unseren Ministern und es kommt daher, dass wir gerade die Mehrheit haben im Land. Minister haben wir hier jeweils. Die haben eine bestimmte Loyalität. Daran ermisst sich, wie viel politischen Einfluss wir von ihnen bekommen. Und sie bekommen auch Erfahrung in ihrem jeweiligen Politikfeld. Und dadurch steigt ihre Effizienz. Also wenn wir Gesetze einführen und so weiter und so fort. Das ist mal ein grober und wilder Ritt durch diese ganzen Sachen. Und hier tatsächlich diese Repräsentanz dieser Bilder ist total spannend. Wenn ich hier auf die Einkommenssteuer gehe, sieht man, wohin die positiven und negativen Effekte gehen. Ich finde diese Darstellung unglaublich großartig. Obwohl es halt total schwierig ist, hier mit sich einen Überblick zu schaffen. Man muss halt mit der Maus rumgehen und gucken, wo sind welche Einflüsse, wo gibt es einen Einfluss, worauf und so weiter und so fort. Ich finde es schön dargestellt. Das Rote und Grüne außenrum ist übrigens das, wo wir was ändern können. Wenn wir hier mal direkt auf Militärausgaben gehen. Die sind in den USA natürlich volle Möhre am Anschlag. Und ich brauche, um es zu senken, relativ viel politisches Kapital. Also um es hier leicht zu senken, brauche ich nicht so viel politisches Kapital. Aber um es weit runter zu setzen, brauche ich richtig viel politisches Kapital. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, aber das wird hier angezeigt. Das heißt, wir können es ein bisschen absenken. Wenn es hier auf der linken Seite ist, können wir es ein bisschen absenken. Aber Rot können wir uns nicht mehr leisten. Wir können es nicht mehr erhöhen. Das heißt, es ist am Anschlag. So ist es zu verstehen. Und man kann mit dieser Geschichte spielen. Man kann hier gucken, wie ist das finanziell ausgestellt. Hier viele Ausgaben, da auch viele Ausgaben, hier viele Einnahmen. Man kann es, die politische Popularität. Ja, wir haben nicht wirklich irgendetwas, was populär ist. Der Einfluss. Der Einfluss, worauf bin ich mir nicht ganz genau sicher, wie es denn genau gewichtet ist. Aber man kann schon sehen, wie viele Pfeile zum GDP-Connecten ist. Überrascht es nicht, dass es so groß ist. Und hierbei auch. Und Wert. Das weiß ich auch nicht genau, welchen Wert hier repräsentiert wird. Aber ich würde sagen, wenn irgendwas bei Wert von den Problemen, die sind relativ groß. Ja, Weighted ist eine ausgewogene Balance. Das finde ich immer irgendwie immer so die Best, wo man sich einen besten Überblick verschaffen kann. Ja, und da wir ganz ohne Romy sind, kann ich hier ja mal Wildpolitik machen. Also ich würde jetzt tatsächlich mir hier mal angucken, was wir bei den USA vor der Brust haben. Wir haben ein unglaubliches Defizit von mehreren Billionen, nicht Billionen, also Billionen heißt Milliarden, haben wir ein Defizit. Und Trillionen, wir haben Ausgaben von einer, also nicht Trillionen, sondern Billionen. Also die englische Schreibweise ist da oben immer noch. Also Billion ist Milliarden, BN ist Milliarden, TN ist Billionen. Also wir haben eine Billion Ausgaben und Einkommen 674 Milliarden. Das ist eine riesige Diskrepanz, das ist unser Defizit, das wir hier haben. Und unsere Schulden sind auch gewaltig, die wir hier am Start haben. Und das ist, das hier zählt immer, das ist nicht fürs Jahr, das ist für ein Quartal. Das muss man vielleicht auch dabei sagen. Das hier gilt immer für ein Quartal, weil eine Spielrunde stellt immer ein Quartal dar. Hier oben, wir haben 16 Runden, das heißt 4 Jahre ist eine Amtszeit, also 16 Quartale, die wir hier spielen. Jeweils immer 3 Monate, in denen können wir Sachen bewegen. Und gucken wir mal. Ich würde jetzt zum Aufwärmen tatsächlich einfach mal so ein bisschen aufs Geld gucken. Also, achso, da wollte ich nicht drauf. Unser Defizit, also unsere Schuld geht nach oben. Die Weltwirtschaft ist gerade richtig schön hoch. Unser GDP ist so im Mittel. Hier unten Ausgaben und Einnahmen. Ja, so richtig viel gibt einem der Graf nicht, aber wenn wir da länger drauf gucken. So, was ich jetzt erstmal für einen Einstieg machen wollen würde, wäre, ich versuche mal mir, mich den Problemen zu widmen. Etwas, was Romy und ich ständig tun, im Prinzip. Also, so ein bisschen problemorientiert. Später werden wir dann mal tatsächlich nach einer Agenda vorgehen, dass wir in einer, in irgendeiner bestimmten Sache. Aber jetzt erstmal versuche ich hier, diese Probleme zu fixen. Weil ich finde, Democracy 4 macht am meisten Spaß, wenn man es wirklich so problemorientiert spielt. Man merkt dann aber auch total schnell, wie kompliziert dieser politische Entscheidungsprozess ist. Und wie es manchmal gar nicht wirklich darum geht, was richtig oder falsch ist, sondern was jetzt gerade eine bestimmte Notlage besser handelt. Also, das ist, ich habe wahnsinnig viel über diese politischen Entscheidungsprozesse dabei gelernt, während wir das hier im Stream gespielt haben. Tja, also, gehen wir es mal an. Das hier blinkt wie Hulle daran, das liegt vor allem daran, dass wir eine hohe Kriminalität haben und dass wir hohe Gewaltverbrechen haben. Ja, das heißt also, wir sollten was gegen die Kriminalität tun. Und da finde ich, da gibt es etwas bei Law & Order, was ich großartig finde. Ich glaube, nee, das müssten wir wahrscheinlich schon eingeführt haben. Das Community Policing ist etwas, was eine großartige Erfindung ist, weil es direkt einen Einfluss auf Gewaltverbrechen hat. Da geben wir schon eine Milliarde für aus. Das würde ich hochsetzen. Da brauchen wir so gut wie keinen politischen Einfluss für. Wir sind eh in einem riesigen Defizit. Also, da brauchen wir nur einen politischen Einfluss für. Geben wir direkt mal aus. Das heißt, wir gucken uns mal an, was wir hier in Law & Order haben. Was haben wir hier? Der Geheimdienst ist schon relativ hoch. Das würde ich jetzt nicht anfassen. Die Polizei. Das ist ganz schön krass, wie die Polizei aufgestellt ist hier. Also, sehr, sehr niedrig. Sehr, sehr niedrig. Also, die würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen wollen, hochzusetzen. Es ist mir auch egal. Unsere Kriminalität und unsere Ausgaben sind horrend. Wir setzen das mal hoch. Aber ich gehe da immer von aus, dass wir nicht diese Probleme haben mit den, die der USA inhärent innewohnen, sondern mit der Polizei und so weiter und so fort. Sondern, dass ich hier tatsächlich etwas, wie ich mir die Polizei vorstelle, als Freund und Helfer, wo man keine ethnischen Sachen und so was ... Ich versuche jetzt hier problemorientiert ranzugehen. Also, diese Police Force-Geschichte trägt nicht diesen ganzen Rucksack der unglaublichen Probleme. Die Polizei in den USA, in Deutschland, ich meine, die Karte der Einzelfälle, man verliert langsam den Überblick, wie viele Einzelfälle es gerade bei der Polizei noch gibt, die die Scheiße gemacht haben, besonders im ... Also Rechtsextreme in der Polizei, um das Kind beim Namen zu nennen. Da sehe ich jetzt hier, dass die nicht mit diesem Rucksack kommen. Okay? Das wäre mir wichtig, das zu sagen. Ich erhöhe die Police Force, weil wir müssen was gegen die Kriminalität machen. Das ist unglaublich. Was haben wir hier? Die Unabhängigkeit der Gerichte, das finde ich schön. Gated Communities. Finde ich nicht so schön, aber sorgt jetzt gerade nicht dafür, dass wir irgendwas machen können. Was ist das hier? Game Hunting Restrictions. Also, Wild jagen. Okay. Ist das hier Tränengas? Puh. Tja. Würde ich vielleicht gerne abschaffen, aber was haben wir hier? Oh Gott. Okay, ich bin bereit für die Gefängnisse deutlich mehr Geld auszugeben, weil im Moment geben wir viel zu wenig Geld dafür aus. Und dafür gebe ich jetzt mal was aus. Da machen wir direkt was hier gegen die Prison Overcrowded. Und jetzt haben wir nur noch fünf politisches Kapital. Ich gucke mal gerade, haben wir so etwas wie eine Alkohol Awareness Campaign. Alkohol. Ja. Alkohol Awareness Campaign. Können wir uns da leisten. Wump. Und wir haben Fettleibigkeit. Da haben wir doch bestimmt auch was dagegen. Äh. Ja. Die Gesund Essen Kampagne auch einfach mal so. Das ist jetzt meine Schnellklickrunde gewesen. Ich habe jetzt erstmal angefangen zu versuchen, die ganzen Probleme anzufangen. Äh. Ja. Wir müssen mit Steuern gegenfinanzieren. Genau das würde Romy sagen. Du hast vollkommen recht, Horstie. Aber Romy ist nicht da und ich mache einfach mal, bis mir irgendwann brennend mein Budget auf die Füße fällt. So. Erstmal, unser Credit Rating wurde downgegradet. Ist natürlich richtig, richtig furchtbar. Äh. Wir müssen jetzt mehr Zinsen bezahlen und wir haben ein unglaubliches, äh, Debt. Und wir haben eine Situation, die kurz bevorstellt. Drogensüchtigkeit. Aber wir haben schon so viel dagegen getun, äh, getan, mit dem Community Policing, und auch mit einer verstärkten Polizei und sowas, dass das runtergeht. Und wenn das unser nächstes anstehendes Problem ist, dann sind wir auf einer, äh, auf einem guten Weg. Also, das ist gar nicht so. Alkoholsteuer und Junkfoodsteuer. Ja, genau. Die Sachen, zu denen wir immer zurückkehren. Äh, finde ich gut. Ich glaube, wir haben eine Alkoholsteuer. Alkoholsteuer. Alles klar. Dann folgen wir doch mal Romis Beispiel und finanzieren das, was wir gemacht haben, gegen. Und ich setze mal Alkoholsteuer recht hoch auf sieben Milliarden. Äh, ach, kostet uns zehn. Aber so ist das halt. Äh, dann, ich mag euch, lieber Chat. Äh, ihr folgt Romis Beispiel. Wir müssen gegenfinanzieren, wir müssen gegenfinanzieren, wir müssen gegenfinanzieren. Dann führen wir doch direkt mal folgerichtig auch die Junkfood-Tags ein. Und zwar auch, äh, auf so einem nicht niedrigen Bereich. So, kurz, kurz hier. Ja, in dem. Junkfood-Tags. Und da sind wir auch schon wieder durch. Und dann gucken wir uns gleich mal die Probleme an, was wir denn alles so haben. Hey! Prison-Overcrowding ist zu Ende. Großartig. Mit den Änderungen, die wir gemacht haben. Hat uns auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Technological Advantage haben wir jetzt gerade bekommen. Die, das ist ein Vorteil, der wirkt sich aufs GDP aus. 0,6% plus. Das ist ja schon mal super. Und, und, und auf unsere Produktivität. Und zwar 13% nach oben. Das ist richtig, richtig viel. Und welche Situation steht kurz davor? Gig-Economy steht kurz bevor. Die verfolgt uns auch immer wieder. So, wir haben eine, ähm, ein Dilemma. Ähm, ja, super. Großartig. Wir haben eine Asthma-Epidemie. Da muss ich jetzt gar nicht Public-Smoking-Ban. Ähm, Ban-Public-Smoking. Zack. Werde ich einfach verbieten. Äh, Umweltschützer findest du. Tabakou usage geht runter. Das ist großartig. Das wird uns auf jeden Fall auch helfen. Und, so können wir auch Geld, äh, generieren. Äh, was haben wir hier eigentlich? Die Todesstrafe. Puh. Da gucken wir später vielleicht auch nochmal drauf. Wenn es, also, erst mal, ein Problem ist schon mal vorbei. Wir haben eine, einen Vorteil bekommen. Ich finde, das ist eine großartige Runde. Gucken wir uns die Probleme an. Äh, ne, Technological Advantage ist kein Problem. Das ist ein Vorteil. Wir haben, äh, Proteste gegen, äh, ähm, also, gegen Umweltverschmutzung und Hass nicht gesehen. Das geht runter, erstaunlicherweise. Die nicht kompetitive Wirtschaft geht auch runter, ach, weil wir das Problem der überfüllten Gefängnisse beseitigt haben. Und das wirkt sich auch auf die Kriminalität aus. Und das ist, das wirkt sich auf diese Sachen aus. Ach, unser Vorteil, unser Vorteil wirkt sich krass auf die Produktivität aus. Hier, die Produktivität knallt voll in die Produkt, äh, also, die, der technologische Vorteil knallt voll in die Produktivität rein. Deswegen geht es hier auch runter. Das ist ja großartig. Umweltverschmutzung geht runter. Okay. Das ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn unsere Produktivität hoch geht. Ähm, Lambda Totoro hat gerade ein bisschen Kanalpunkte aufgegeben, um die Nachricht hervorzuheben. Sehr interessantes Spiel. Was denkt Romy und du zu der Ideologie, die in dem Spiel steckt? Wie Steuer X und Verbot Y sich auf ABC auswirken, wird sonst doch wahrscheinlich von vier Leuten fünfmal unterschiedlich eingeschätzt. Oder basieren hier Dinge auf Forschung? Ähm, wie die Dinge genau basieren, weiß ich nicht. Im Moment basiert es darauf, was Cliff sagt. Was aber schön ist, ähm, also er versucht es nachzuvollziehen und er holt sich immer Meinungen und Anregungen auf Twitter von Benutzern und recherchiert dann auch nach und versucht die Länder einigermaßen, realistisch zu bauen, aber er weiß halt nicht, dass er, er weiß halt auch, dass er nicht alles simulieren kann. Vor allem finde ich es, für Romy und mich geht es vor allem darum, dass wir in diesem Spiel tatsächlich anfangen, über Politik zu reden und halt auch merken, wie die Entscheidungsprozesse funktionieren. Ähm, das ist irgendwie für mich vor allem der Reiz gewesen. Aber was toll ist, Cliff, der Entwickler, hat angekündigt, dass jetzt, wo es auf Steam zur Verfügung steht, volle Mod-Unterstützung da ist. Und was das Spiel tut, ist, äh, ist im Prinzip, ne, du wirst mich jetzt gleich lünchen, oder nicht lünchen, aber du wirst anfangen, leicht einen Ausschlag zu bekommen. Im Prinzip steckt da ein neuronales Netz hinter, also eine künstliche Intelligenz. Das ist nicht ganz richtig, aber er hat auf jeden Fall ein System gebaut, wo man verschiedene Abhängigkeiten reintut und das simuliert dann diese Sachen, also Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Aber er hat es so gebaut, dass du all diese Parameter, also alles, was sich wie, worauf auswirkt, ähm, einige Sachen sind fest verdrahtet, wenn ich das richtig verstanden habe, aber man kann seine eigenen Steuern, man kann seine eigenen Gesetze bauen und man kann die bestehenden Gesetze verändern und, äh, editieren. Alles in Textdateiformat. Das heißt, er bietet hier eine große Spielwiese. Sobald jetzt mit der, ähm, mit der Early Access-Geschichte seit heute die ganze Nummer frei ist, kann man reingehen und in jedem kleinen Fitzelchen, was ich hier als grafische Repräsentation sehe, die ganzen Parameter ändern, wie was miteinander verknüpft ist. Das heißt, du hast vollkommen recht, wenn du irgendwen fragst, die werden sagen, ja, das hängt damit zusammen, nein, die Auswirkung darauf ist größer und so, da gehen die Meinungen krass auseinander. Du kannst das hier realisieren. Mit dem Mod-Support kann man sich sein Land, wie man das auch nennen möchte, selber zusammenbasteln. Mit selbstgebastelten, äh, Ereignissen und so weiter und so fort. Ich bin schon total gespannt, was Modder-Szene daraus bastelt und ich habe auch vor, mal da reinzugucken, aber es kostet halt super viel Zeit. Ähm, ich werde mich auch bemühen, sobald ich die Beta installiert habe, ähm, mir das mal anzugucken und auch zu schauen, ob wir das nicht auch im Stream mal zusammen machen können. Also, ich weiß, dann editiere ich halt in Textdateien drin rum, aber wenn ich mich ein bisschen darauf vorbereite, kann das, glaube ich, trotzdem unterhaltsam sein, dass man diese Sachen ausprobiert. Okay, ähm, wir hatten uns hier gerade die, äh, Sachen angeguckt und gehen wir mal kurz nochmal auf, äh, Fettleibigkeit. Genau, da haben unsere Aktionen schon was gebracht. Die, äh, Doctor Strikes, da müssen wir jetzt als nächstes ran. Die überfüllten Krankenhäuser haben wir immer noch als Problem. Die Asthmaepidemie geht langsam zurück. Der Alkohol, äh, Alkoholmissbrauch geht runter und auch, äh, Antisoziale, äh, das antisoziale Verhalten. So, gucken wir mal Gesundheitsversorgung, wa? State Health Service. Ja, wir haben eh, äh, alter Schwede, ist das teuer. Oh, hier erscheint es irgendwo ein, äh, einen Fehler zu geben. Komm, wir haben, wir haben eh, äh, Ausgaben von einer Milliarde. Ich weiß, Romy würde sagen, wir müssen es gegenfinanzieren. Ähm, oh, ich würde jetzt mal 6 ausgeben, also direkt an die Grenze gehen. Eigentlich sollten das hier 11 sein, aber es wird nur als 1 angezeigt. Das ist auch spannend. Ich habe einen Bug gefunden. Also gehen wir mal aus 60 hoch. Tun wir ein bisschen was für die Gesundheit. Äh, hoffentlich für den Gesundheitssektor. Und das sind unsere drückendsten, äh, naja, das sind nicht nur unsere drückendsten Probleme. Hier, äh, sollten wir, äh, wir sollten uns jetzt darauf fokussieren. Ich muss wieder an Romy denken. Sie ist im Herzen immer irgendwie bei mir. Die Weltwirtschaft fängt an, einen kleinen Knick zu machen. Und wir sind gerade hochgestuft worden in unserem Credit Rating. Wir müssen weniger Sachen ausgeben. Und da würde ich jetzt all unsere, äh, unser politisches Kapital einsetzen, um einfach mal 30 Milliarden Militärausgaben zu sparen. Das finden ganz, ganz viele Leute doof. Und unsere Arbeitslosigkeit geht dadurch ein klein wenig hoch. Aber so ist es eben. Äh, ja, Horstie, habe ich gerade gemacht. Militär runtergefahren ist, äh, ähm, das kann auf diesem hohen Level bleiben, aber es muss nicht am Anschlag sein. Finde ich. Wenn ich irgendwann mir als Maxime vielleicht heute irgendwann noch nehme, dass, äh, dass ich gerne die, äh, dass ich gerne die Patrioten glücklich machen wollen, äh, will, dann sieht das mit dem Militär natürlich ganz anders aus. Dann machen wir mal nächste Runde und, äh, schauen, was passiert ist. So, oh. Äh, Deadly Virus Outbreak ist ein, äh, ähm, ja, ich würde sagen, also Cliff mag es total gerne in das Spiel sehr, sehr aktuelle Vorkommnisse rein. Ich würde sagen, hier wird, hier wird gerade der, der, äh, die Corona-Pandemie, äh, mit hineingemacht. Ähm, na gut, es passt nicht ganz, der Text, den er schreibt, aber Healthcare-Dement geht hoch, GDP geht runter, internationaler Handel, Tourismus, unsere Lebenserwartung und die, das Vertrauen in, äh, unsere Geschäfte geht runter. Das ist natürlich super krass. Aber wir tun was für die Gesundheit. äh, überall in unserem Land sind junge, brillante, intelligente Studenten, äh, die dieses Jahr die Chance verwehrt bekommen, äh, an der Universität zu studieren. Warum? Weil die, äh, die Antwort ist einfach. Diese Studenten kommen von armen Familien mit keinem Geld, äh, und, äh, es gibt nicht genug Förderung und so weiter und so fort. Okay. Was haben wir hier? University Grants. Wird uns auch wahrscheinlich sehr, sehr viel kosten. Da fassen wir vielleicht demnächst mal an. Das ist, aber wir haben erstmal, äh, wir haben erstmal ein riesiges Gesundheitsproblem, äh, an unseren Pfoten, würde ich sagen. Ha, Ausgaben, also unsere, unser Defizit hat sich jetzt nicht groß geändert. Unsere Schulden sind natürlich gestiegen, aber an unserem Defizit hat sich nicht viel geändert. Das ist gut, weil wir haben super viel Geld ausgegeben. So, ich würde jetzt mal sagen, äh, ich gebe jetzt mal Geld dafür aus, dass wir gleichzeitig, äh, äh, Gutes, als auch, äh, ähm, als auch etwas gegen unsere Probleme tun, indem ich nämlich jetzt einfach mal die Kfz-Steuer hochsetze auf richtig hoch. Medium, das wird Car-Usage, äh, treffen, und es wird dafür, sorgen, dass, äh, die Umweltverschmutzung zurückgeht. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere Asthma-Epidemie. Dafür möchte ich elf politisches Kapital ausgeben. Wir haben Pollution Control, ja, hm, wir könnten noch mal gucken, ob wir nicht was für, äh, für die Gesundheit machen. Ähm, Welfare. Ja. Das wäre natürlich auch eine Sache. Äh, ich mach mal die Tabakko-Awareness-Campaign auf voller Lotte. Jetzt haben wir noch drei, die können wir mit rüber in die nächste Runde nehmen. Und die Antisozial, das Antisoziale Verhalten ist zu Ende gegangen. Der Alkoholmissbrauch ist zu Ende gegangen. Großartig. Wir haben einen neuen Parteispender und wir müssen einen, äh, also einen, äh, Nachwuchsrichter ernennen. Ähm, und wir haben Edgar Lopez has been a strong supporter of human rights, uh, making many, uh, landmark rulings in favor of individual rights and liberties. Okay. Äh, Alice Reed is a household name that, thanks to her many famous rulings concerning violent crimes and her often ausprobten views on the harsh sentences that she feels should be applied to thieves, muggers and shoplifters. Da würde ich doch mal hier den mit den Menschenrechten auf jeden Fall nehmen. Wie gesagt, keine langen Diskussionen und das hat nur Vorteile. Wie schön. Wie schön. Großartig. Es geht mit uns voran. Ja? Also, unsere Zustimmungswerte gehen nach oben, weil wir einfach auch problemlos geworden sind. Äh, Proteste gehen nach unten. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist auf dem absteigenden Ast. Äh, die Verschmutzung geht wieder hoch, weil unser GDP steigt, nehme ich an. Äh, oh, die Fettleibigkeit geht krass runter. Die, äh, Dr. Strikes bleiben relativ gleich. Die überfüllten Krankenhäuser gehen hoch wegen dieser, der Virus-Outbreak. Die Asthma-Epidemie. Aber das sind alle unsere Probleme. Hey! Wir könnten ein bisschen was für, ähm, also wir müssen auf jeden Fall im Gesundheitssektor ein bisschen mehr machen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen hier jetzt einfach mal rein. Wir werden das Geld irgendwo auftreiben. Ich weiß, Romy wird an dieser, ich gebe nochmal 6 aus. Also nicht 11, 6. Romy wird sagen, wir müssen das irgendwie mit Steuern gegenfinanzieren. und da stimme ich ihr total zu. Was haben wir hier? Äh, Sales Tax. Können wir, sollten wir vielleicht nicht anheben, weil für kleine Änderungen, ich würde jetzt mal gucken, dass wir neue Gesetze einführen. Äh, Hey, haben wir Drogen legalisiert? Wahrscheinlich nicht. Äh, die bestrafenden Steuern auf Superstores oder Frequent Fire Tax. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Frequent Fire Tax und da sind wir in den USA genau an der richtigen Stelle, um richtig viel Einnahmen zu generieren. 16 Milliarden, das ist doch schon mal schön. Jetzt haben wir nur noch 2 und zack, nächste Runde. Ähm, unsere Ministerin Ashley White ist nicht sehr begeistert. Äh, ja, sie ist einfach nur nicht begeistert von dem, was wir haben. Eine Situation steht kurz bevor, die Gig Economy. Äh, aber das geht noch, das ist noch nicht über den Starttrigger. Und wir haben eine, ein Dilemma, äh, a Campaign for, äh, äh, ähm, Farming Law. Und da würde ich gerne, höhere Standards für das Tierwohl setzen. Dieses Dilemma kenne ich auch schon und da würde ich jetzt einfach das erste nehmen. Höhere Standards für das Tierwohl. Äh, was ist eigentlich die Gig Economy? Gig Economy ist die Abkopplung vom, äh, Sozialsicherungssystem. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel für diese Gig Economy sind, äh, Leute, die als Selbstständige äh, Essen ausliefern. Also, die sind selbstständig, ähm, weil sie mit einer App sagen, ja, okay, ich kann jetzt hier mit meinem Fahrrad, äh, Pizza ausliefern für diesen Laden und ich werde beteiligt an jeder Lieferung für zwei Euro. Oder Uber ist das beste Beispiel, so wie es in den USA aufgestellt ist, du, äh, lädst dir die App runter und bist dann halt Uber-Fahrer und brauchst gute Bewertungen und sowas, aber das ist ja im Prinzip eine Einkommensquelle, aber Uber stellt dich nicht an, sondern du lädst dir nur die App runter und so ein Gig ist dann quasi jedes Mal, wenn du einen Fahrgast hast, ist es ein Gig für dich und es nimmt halt, also es umschifft halt diese ganze Sozialversicherungsgeschichte, weil dich niemand anstellen muss. So diese Mikro-Arbeitssachen für, du kriegst für zehn Klicks auf irgendwelche Sachen, äh, zwei Cent oder solche Schätzen, solche Sachen gehören dazu, aber halt auch so Sachen wie Uber und da gibt es noch viel mehr Beispiele. Chat hilft mir aus, aber das, so habe ich das verstanden, was Gig Economy ist. Das ist auf jeden Fall etwas Schlechtes, weil es, äh, ganz, ganz viele Menschen in einer prekären Situation lässt. So, äh, Probleme, äh, unsere Proteste, was die Umweltverschmutzung angeht, gehen runter, nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht wieder leicht hoch, hm, äh, Verschmutzung geht runter, das ist schön, ähm, unsere Fettleibigkeit sinkt weniger, die Doktoren streiken mehr, äh, die, äh, die Überfüllung der Krankenhäuser geht, äh, leicht zurück und die Asthmaepidemie geht langsam runter, das ist toll. Was hatten wir hier eigentlich? Crime ist super low, das ist großartig, ähm, Arbeitslosigkeit geht langsam runter, GDP kommt nach oben, wir müssen was für den Gesundheitssektor tun, wir müssen was für den Gesundheitssektor tun, unser Defizit ist wieder leicht gestiegen, aber wir müssen was für den Gesundheitssektor tun, es geht nicht anders. Hier sind total viele schöne Sachen bei, äh, die, äh, mir auch immer gefallen, aber ich will jetzt tatsächlich was ganz spezifisch für den Gesundheitssektor tun. Hier, das hier, Drug Treatment Scheme, äh, äh, hat einen direkten Einfluss auf Health, also, äh, was hier oben steht, Punishing people for taking illegal drugs only goes so far, what people really need is treatment. Das heißt also, wir behandeln die, die eine Drogensucht haben und dafür, also, das kostet uns gar nichts, das ist ja großartig, also, hat sich direkten Auswirkungen auf die Gesundheit, das würde ich direkt hochsetzen, großartig, ähm, Public Services, was haben wir noch? Ich finde verpflichtenden Schulsport, wir hatten das Thema auch, auch schon, äh, äh, nicht so super, ich würde es ein klein wenig erhöhen, ähm, aber es gibt halt tatsächlich auch Möglichkeiten, Schulsport angenehm zu gestalten, so wie ich Schulsport erlebt habe, würde ich sagen, ist es nicht, äh, etwas Wundervolles. So, und hier, Förderung für die Kunst, das ist mir zu niedrig, äh, ich gehe hier mal rein, auf zwei Milliarden, das geht so nicht, äh, das geht wirklich so nicht, wir müssen was dafür tun, dafür geben wir drei politisches Kapital aus, das wird uns Geld kosten, aber so ist es halt. Und mal gucken, ob wir noch kleine Sachen haben, äh, äh, ah ja, genau, das hier ist auch eine schöne Sache, äh, das implementiere ich ein, Fraud Department, das läuft im Prinzip, äh, auf, ähm, macht nicht wirklich Gewinn, aber, äh, äh, tut was für die mittleren Einkommen, auf jeden Fall für die, äh, äh, für die Zustimmungswerte. Das ist sehr, sehr safe. Okay, und jetzt haben wir schon wieder null Punkte, und nächste Runde. Ach, wir haben einen Minister, der auch nicht glücklich ist, seine Loyalty sackt ab. Oh, ja, ein Ereignis, was, äh, in den USA passiert, äh, minus 50 Zustimmungswerte für die, äh, für die, äh, 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 ja, ja, äh, eine nationale Tragödie, ähm, Lone Wolf Gunman, Lone Wolf ist halt echt auch ein Problem, dieses Wording, Lone Wolf ist meistens nicht richtig, aber da will ich mich jetzt gar nicht, äh, äh, dass es zwangsläufig immer Einzelgänger sind, ist nicht so richtig, aber okay, hier, ne, äh, es gab, jemand hat in der Schule, äh, Dutzende von Studenten und, äh, 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 er mordet ohne Beziehung zu irgendeiner radikalen Gruppe, äh, ja, äh, die Waffengesetze und, äh, der Health Service, dass man kaum Problem, äh, kaum irgendwelche Probleme psychischer Natur angeht, äh, sind hier, sind eine tödliche Kombination, müssen wir was machen, äh, was haben wir hier, äh, right to die, oh, äh, wir sollten die, äh, aktive Sterbehilfe einführen, sagen uns die Nachrichten, okay, unsere, unser Defizit sinkt, ich bin, ich bin schwer begeistert, unser GDP hält sich, obwohl die Weltwirtschaft jetzt anfängt, wieder zu schwächeln, ich höre Romy in meinem Kopf, wir müssen was für die Wirtschaft tun, wir müssen was für die Wirtschaft tun, ähm, ja, ich denke auch, unser Defizit geht langsam runter, ich würde jetzt tatsächlich nochmal, äh, ein klein wenig, äh, politisches Kapital aufwenden wollen, um, äh, unsere Ausgaben zu reduzieren, ich greife wieder auf das Militär, weil, dafür geben wir viel zu viel aus, da gebe ich nochmal 6 aus, finde ich, ist meine Meinung, was haben wir denn hier, äh, nuklear, oh, äh, äh, Kernspaltung, ähm, da gucken wir später auch nochmal drauf, wenn wir uns um das, äh, um diese Sachen, äh, kümmern, äh, äh, Militär kann weg, ja, puh, ähm, ich glaube, wir müssen für einige Sachen, äh, tatsächlich, ähm, noch andere Dinge erst vorbereiten, damit wir das Militärwerk kennen, weil es hat halt auch direkten Einfluss darauf, wie es mit unserer Arbeitslosigkeit ist, und da wird es dann schon wieder eine spannende Sache, ne, also, was haben wir hier, ne, das ist es nicht, Inflation, äh, wo haben wir denn die Arbeitslosigkeit, äh, genau, da kann man ja direkt draufklicken, also hier, Arbeitslosigkeit, ist in so einem mittleren Bereich, geht jetzt wieder hoch, ist etwas, was wir nicht haben wollen, ähm, wo wir was gegen tun müssen, so, gucken wir kurz mal die Probleme an, die Proteste, was, äh, ähm, die Umwelt angeht, jo, äh, gehen ganz, ganz langsam runter, die nicht kompetitive Wirtschaft sinkt weiter, das ist schön, ähm, Verschmutzung geht nach oben, weil unsere Wirtschaft eigentlich ganz gut unterwegs ist, ja, Fettleibigkeit, stagniert, äh, Doktor Strikes gehen eher hoch, überfüllten Krankenhäuser, auf dem Weg nach unten, äh, Asthmaepidemie, weiter, sehr, hoch, wir müssen was für die Wirtschaft tun, ich höre, äh, ich höre, äh, Romy in meinem, äh, in meinem, äh, Hinterkopf, so, Business Startup Campaign, würde ich jetzt direkt mal einführen, und zwar maximal, ähm, ist etwas, was der Wirtschaft gut, äh, gut tut, und, Economy, äh, Young Entrepreneur Scheme, ja, also, dass wir, äh, äh, dass wir neue Geschäfte machen, auch tatsächlich, einfach mal hoch, hoch hinein, in die ganze Sache, jetzt haben wir noch einen, und wir müssen nächste Runde machen, ähm, Einer unserer Minister hat gesagt, äh, ich, äh, gehe jetzt mal weg, äh, ansonsten keine Ereignisse, dann müssen wir mal ins Kabinett, also, für Economy, Minister of Industry, hat gekündigt, tja, äh, gehen wir mal, sortieren wir es mal nach Loyalität, die Minister, die wir haben, wer möchte denn Economy haben? Oh, sie ist toll, Kirsten Brooks, Liberale und Kapitalisten, äh, weiß ich nicht, ob das so einfach ist, die Liberalen und die Kapitalisten, äh, zufriedenzustellen, aber sie hat Economy as Desired Job, die würde ich tatsächlich nehmen, und sie hat auch einiges an Erfahrung, sie hat wenig im Campaigning, also nix im Campaigning, aber, ich brauche erst mal, das politische Kapital, damit ich handlungsfähig bin. So, was ist mit ihm hier? Tax, Kapitalist, Middle Income, ja, der findet es natürlich alles doof, da kostet es mich gar nicht, den zu feuern, dann feuere ich ihn doch mal, ähm, die anderen geben mir jetzt weniger, die sind dann durch das Feuern irgendwie ein bisschen, äh, demotiviert, aber so ist es nun mal, und hier unten, äh, Sozialisten und staatliche Angestellte, gibt mir zwei politisches Income, den nehme ich doch mal, jetzt haben wir einen roten, aber so ist das halt, den kriegen wir schon wieder, nach oben gebracht, so, wir sehen unsere Probleme aus, nicht kompetitive Wirtschaft, geht weiter zurück, Umweltverschmutzung steigt wieder, die Proteste bezüglich Umweltverschmutzung steigen auch wieder, äh, Fettleibigkeit, ja, da müssen wir vielleicht was anfassen, äh, Dr. Strikes gehen hoch, da gucken wir gleich mal, überfüllte Krankenhäuser sind leicht am, äh, äh, am Abfallen, und die Asthmaepidemie ist gleichbleibend hoch. Tja, unser Defizit geht weiter nach unten, das ist wirklich gut, so, ich will was für den Gesundheitssektor tun, also, gucken wir mal, Dr. Strikes sind am ansteigen, ähm, wir haben hier verschiedene Sachen, die das auslösen, also, äh, die, äh, Laborloss sorgen dafür, dass dieses Problem erniedrigt wird, so muss man diese Graphen lesen, also, wenn irgendetwas im Roten ist, wirkt es sich nach unten auf dieses Problem aus, das heißt also, etwas in Rot hier ist gut, ähm, die, äh, der Anteil der, äh, der Gewerkschafter sorgt dafür, dass es hoch geht, okay, und Wages haben wir ein Problem, ist auch ein Bereich, den wir nicht richtig beeinflussen können, ähm, wir könnten was gegen Immigration tun, könnten wir das, äh, tatsächlich, ähm, gegen die Laborloss, ähm, Tja, ich sehe hier nicht direkt einen Hebel dabei, bei den Wages, Unemployment, ja, wir können was gegen Unemployment tun, Tja, gucken wir mal in die Krankenhäuser rein, äh, haben wir da direkt einen Hebel, Healthcare Demand ist hoch, deswegen, ähm, Private Healthcare sorgt dafür, dass es niedrig ist, State Health Service, ah, da haben wir Deadly Virus Outbreak, setzt das hoch, ähm, Technologie sorgt dafür, dass wir einen hohen Demand haben, ähm, oh, wir haben Legal Drug Consumption, was dürfen wir denn? Narcotics, wir haben Cannabis legalisiert, hallo, wenn wir Cannabis legalisiert haben, dann besteuern wir doch mal die, äh, Freizeit Drogen, und zwar nicht zu knapp, zack, direkt mal Drogen besteuert, wir haben eine, äh, Quelle gefunden, das ist doch, äh, das ist doch etwas Wunderbares, äh, was haben wir hier, das ist auch sehr schön hoch, genau, und jetzt würde ich mal, äh, tatsächlich mal bei Transport gucken, und Cycling Campaign, die würde ich einführen, weil die tut was für die Gesundheit, und tut was dafür, äh, unsere Probleme anzufassen, äh, die sich auf die Asthma Epidemie auswirken, und Transport, äh, die Telecommunication Initiative, also das Arbeiten von zu Hause, finde ich auch eine großartige Sache, dafür, um Gottes Willen, ähm, 3,7, die würde ich etwas niedriger ansetzen, weil, äh, teuer, so, eingeführt, nächste Runde, ja, Law and Order Minister, ähm, der findet nicht gut, was wir machen, äh, GM Food Proposal, ähm, ich werde die, äh, GM Foods, äh, verbieten, weil hier oben steht, Large Agricultural Companies, wenn das nur große Konzerne machen, dann bin ich dagegen, äh, es gab tatsächlich, äh, schon mal eine längere Diskussion darüber, äh, aber ich will hier jetzt relativ schnell durchgehen, also, die Umweltschützer finden es großartig, GDP kriegt einen kleinen Hit, Kapitalisten finden es doof, aber das zeigt, dass wir irgendwas richtig gemacht haben, finde ich. Eine Situation steht kurz bevor, die Gig-Economy, aber sie ist noch, sie ist noch unter dem Start-Trigger, das ist sehr schön. Und, äh, Lambda Totoro sagt gerade, äh, ähm, Bäume, Bäume finde ich gut, äh, Bäume ist ein total super Hinweis, weil wir müssen auch was gegen unsere, äh, Verschmutzungsgeschichte tun, und da weiß ich doch, dass wir irgendwas in den Public, wir haben Reforestation, äh, gerade in den USA, wo ganz, ganz viele Wälder in Flammen stehen, Gott, finde ich das eine super Sache, und da würde ich auch tatsächlich relativ hoch reingehen, und mal was, äh, verabschieden, und, ich habe, äh, Rumi im Hinterkopf, was für die Wirtschaft tun, was für die Wirtschaft tun, äh, nationaler Business Council, und, die setzen wir mal ein bisschen hoch, und, Economy, ein Trade Council, die setzen wir auch mal, einigermaßen hoch, so dass wir diese Stimmen berücksichtigt haben, unsere Popularität ist abgerauscht, unsere Zustimmungswerte sind krass gefallen, das heißt, da müssen wir uns auf jeden Fall, äh, Sachen angucken, dass wir, dass wir da mal, äh, was für tun, Kapitalisten, äh, ist auf jeden Fall eine Sache, eine Fokusgruppe, die wir anfassen müssen, Liberale, äh, Religiöse sind sehr, sehr hoch, puh, äh, tja, machen wir nächste Runde, ähm, unser Nationalteam gewinnt den, äh, World Cup, die Weltmeisterschaft, jeder findet es toll, plus 20%, und die Patrioten finden es auch großartig, das sind doch mal, äh, ähm, das sind doch mal gute Nachrichten, und hier in den News geht es darum, Science Funding, dass wir relativ wenig Science Funding machen, puh, ja, das geht so nicht, wir müssen uns auf jeden Fall den Bildungssektor angucken, das ist, äh, tatsächlich ein Problem anscheinend, unsere Popularität ist hochgegangen, ich werde jetzt nicht draufklicken, äh, äh, so, äh, ja, ich sehe, äh, es wurden Kanalpunkte ausgegeben für Physik, da kommen wir gleich zu, ich will jetzt erstmal, hier, äh, mich nochmal eingerufen, ich hab versucht, was für die Gesundheit zu tun, ich geh da mal gerade durch, tatsächlich ist unsere, äh, die chronische, ähm, Lungenerkrankung, äh, äh, oder Asthmaepidemie runtergegangen, wie sieht es mit den Krankenhäusern aus, das sinkt langsam, die Überfüllung der Krankenhäuser, Dr. Winterstrikes geht richtig hoch, und die Fettleibigkeit sinkt weiter langsam ab, da sollten wir noch ein bisschen was gegen tun, wie sieht es mit der Umweltverschmutzung aus, die sinkt krass nach unten, die Reforestation greift anscheinend, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht nach unten, und die Proteste bezüglich der Umweltverschmutzung geht auch nach unten. Hm. Sieht alles ganz gut aus, unser Defizit fällt auch langsam, unsere Zustimmung müssen wir jetzt halt irgendwie tatsächlich ein bisschen, das heißt, das kann man glaube ich verbinden mit Sachen, die gut für die, äh, Economy sind. Ähm, Consumer Rights, Rural Development Grants, Small Business Grants, wir tun was für die Wirtschaft, wir tun was für, oh, und zwar ganz schön gewaltig, ich würde den tatsächlich runter machen auf 10 Milliarden, ähm, und Tourismus, würde ich auch eine Kampagne fahren, die ein bisschen niedriger ist, und, ähm, Rent Controls sind nicht wirklich sehr beliebt, ja, gibt es irgendetwas, was eine große Beliebtheit hat? Carpooling ist zwar 49 Beliebtheit, aber wird uns bei der Car Usage gewaltig helfen, was haben wir hier? Family Planning, äh, das fassen wir noch nicht an, weil es nicht direkt, ähm, uns betrifft. So, dann machen wir jetzt nochmal nächste Runde, wir sind jetzt auch schon, äh, gut durch, durch unsere erste Handelszeit, und wir haben, äh, äh, wir haben wieder ein Dilemma, ähm, äh, 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 die in unserer, äh, äh, die in unserem, äh, 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 haben uns, äh, haben verlangt, dass, äh, 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 unsere Regierung Truppen in Übersee, äh, ausbringt, äh, äh, um die Ölreferienien im Mittleren Osten, äh, vor den Attacken von Terroristen zu schützen. Die, die, äh, mit verbunden sind, freuen sich darüber, dass unsere Truppen da stationiert werden. Ich würde sagen, äh, an dieser Stelle, send the troops, äh, an der Stelle kann ich mich, glaube ich, nicht so weit verbiegen, äh, die Amerikaner würden das auf jeden Fall machen. Send the troops. Ähm, das hilft natürlich nicht unseren, äh, äh, Umfragewerten, aber wir gucken mal, was das für, äh, Auswirkungen hat. Crime ist fast runter, GDP ist so mittel, wir müssen was gegen die Unemployment, gegen das Unemployment tun, auf jeden Fall. Äh, das ist echt eins unserer großen Probleme. Ähm, unsere Popularität steigt wieder, das ist ganz schön. Äh, die Proteste sind weiter konstant, die, äh, nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft sinkt weiter ab. Äh, die, die Luftverschmutzung ist fast zu Ende, das ist großartig. Die, äh, Fettleibigkeit nimmt ab. Die Doktorstrikes steigen weiter. Äh, die, äh, das Overcrowding der, äh, der Krankenhäuser sinkt langsam und die chronische Asthmaepidemie sinkt auch. Na Mensch, und unser Defizit, naja, wieder leicht gestiegen. Tja, unser Kabinett ist, äh, äh, zu großen Teilen gelb, einer ist rot, nur noch einer ist grün. Krass. So, Proteste, die nicht kompetitive Wirtschaft müsste bald vorbei sein. Ähm, die Verschmutzung ist wahrscheinlich vorbei. Die Fettleibigkeit geht runter. Äh, die Doktorstrikes gehen hoch. Die überfüllten Krankenhäuser gehen runter. Die Asthmaepidemie geht runter. Okay. Das ist ein schwerer Hebel. Ich versuche mal hier zu sortieren. Äh, Kapitalisten, die finden total viel doof. Können wir die mit, in irgendeiner Form, äh, interessieren an Sachen? Also, äh, Adult Education Subsidies. Das finde ich nicht schlecht. Äh, unsere Fettleibigkeit stagniert. Ich würde sagen, äh, hier tun wir etwas für. Äh, ach, Kapitalisten finden das wieder doof. Aber, ja, wir, äh, machen was mit dem verpflichtenden, äh, Labeln von, äh, Lebensmitteln. Hoffentlich noch was gegen die, Dings. Und dann würde ich auch nochmal in Transport gucken. Bicycle Subsidies. Würde ich auch einführen. Und zwar, äh, auf einer Milliarde. Relativ gering. Und da sind wir auch schon durch wieder mit dieser Runde. Und mal gucken, ob sich irgendwas getan hat. Jawohl, unsere, die Luftverschmutzung ist vorbei. Großartig. Situation imminent. Gig Economy. Aber die schleicht sich hier irgendwie kurz vor dem Starttrigger. Das ist gut. Ähm, ja. Und an dieser Stelle bin ich ganz Physiker. Äh, es geht hier darum, dass wir als USA, um Gottes Willen, einen, äh, einen Vertrag unterschreiben, der, der nukleare Tests verbietet. Und von der Physikseite kann man aus nuklearen Tests wirklich eigentlich nichts mehr lernen. Es ist nur eine Macho-Geste zu sagen, ey, wir haben die Bombe und wir testen sie auch. Deswegen würde ich sagen, wir unterschreiben den Treaty. Ja, so habe ich entschieden. So. Eine Sache ist vorbei. Die Verschmutzung. Die Proteste gehen dementsprechend runter. Das ist super. Und wahrscheinlich ist nächste Runde die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft vorbei. Das ist großartig. Die Asthma-Epidemie geht runter. Die Fettleibigkeit sinkt krasser. Die Dr. Strikes gehen weiter hoch. Die überfüllten Krankenhäuser sind auf dem Niedergang. Was haben wir hier? Achso, das ist Executive Term Length. Drug Treatment Scheme. Wo ist unser Gesundheitssystem? Unser Gesundheitssystem ist hier. Wir können natürlich jetzt noch anfangen, hier nochmal ein bisschen was reinzugeben. Aber ich glaube, wir haben einfach die Kohle nicht. Unser Defizit sinkt. Unsere Zustimmungswerte steigen. Das ist ganz hervorragend. Ich glaube, die Krankenhäuser werden sich langsam leeren. Wir gucken mal, was wir noch machen können für das Gesundheitssystem. Vielleicht Public Services. Free Eye Tests haben eine große Zustimmung. Ach, die Kapitalisten finden es wieder doof. Aber die Armut geht runter. Das ist super. Die lassen wir. Ne, da würde ich auch auf eine Million gehen. Äh, Milliarde. Zack. Free Eye Tests. Jetzt haben wir noch neun Public Services. Äh. Wir setzen auf Fuel-Effizienz-Standards. Das würde auch jemand, der in den USA, die in den USA regiert, wohl wahrscheinlich nicht machen. Die machen wir mal auf so einem mittleren, führen wir die ein, damit wir auch noch was gegen solche Sachen nehmen. Ne, die Kapitalisten finden nicht alles doof. Gott sei Dank. Aber sehr, sehr viel finden die doof. Also, das muss man schon wirklich sagen. Ähm, sehr, sehr viel finden die doof. So. Ja, wir sind nicht mehr weit von der Wahl entfernt. Unsere Popularität geht weiter nach oben. Puh. Tja. Einfach mal nächste Runde. Und wir gucken mal. Ähm. Aus dem Castillo möchte, dass wir was machen. Und zwar Public Religious Broadcast. Ne, kannst vergessen, meine ich. Oh. Political Relationship downgraded. Okay, das ist, ähm, International Trade Capitalist Business Confidence. Oh Mann, das ist, das ist natürlich krass. Uncapitative Economy ist vorbei, aber gleich kriegen wir den nächsten reingeballert. Und wir haben hier einen, äh, wieder Nachrichten über eine Süßigkeitenfabrik, die Probleme hat wegen der Junkfood-Tags. Tja. Kann ich nichts machen. So, Umweltverschmutzung ist vorbei. Die Proteste gehen runter. Das ist wundervoll. Das mit der Überfüllung der Krankenhäuser geht runter. Die Asthmaepidemie geht runter. Die Fettleibigkeit geht runter. Und die Dr. Strikes gehen hoch. Das ist krass. Die Dr. Strikes gehen hoch. Puh. Wie lange haben wir noch? Noch vier Runden. Ich glaube, wie Romy immer sagt, wenn man nicht weiß, was man genau machen soll, muss man die Wirtschaft stärken. Und ich finde das eine gute Sache. Ich hätte jetzt gesagt, Vertical Farm Subsidies. Wir können uns ein bisschen um die Farmer kümmern. Und da würde ich tatsächlich auch mal direkt ein bisschen höher gehen. So. Wir geben jetzt wieder super viel Geld aus. Wir haben das gerade ein bisschen runtergesetzt, aber so ist es halt. Oh, das war super teuer. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber wir tun auch was für die Farmer. Die können ruhig ein bisschen uns ein bisschen toller finden. So, nächste Runde. People smuggling. A large number of people have been caught entering our country hidden inside cargo containers. Ja, also ich würde sagen, ganz entgegen der USA versprechen wir, dass wir sie da lassen. Liberale finden das toll, Konservative und Patrioten finden das doof. Tja, so ist es halt. Ansonsten Campaign Speech available. Oh ja, wir werden eine Campaign Speech halten. Unkompetitive Wirtschaft ist vorbei. Die Proteste gehen runter. Das ist super. Unser Vorteil ist immer noch hoch. Das ist super. Überfüllten Krankenhäuser geht runter. Yay. Die Asthma-Epidemie steigt wieder an, weil unsere Wirtschaft geht es gut. Oh, und die yeah, die Fettleibigkeit ist vorbei. Das ist großartig. Die Doctor Strikes gehen langsam etwas runter. Das ist super. Das ist richtig super. Und jetzt können wir eine Rede halten. So, hier sind wir dann wieder und hier gucken wir dann wirklich nur auf Optimierung unserer Umfragewerte. Also, dass wir tatsächlich, was haben wir hier? Socialist, nee, wir müssen die Kapitalisten glücklich machen und hier machen wir die Kapitalisten richtig glücklich. Das sind total viele in unserem Land. Dann, was haben wir hier? Retired, Happiness ist 77% und die die Jugend ist davon verärgert. Das ist nicht gut. Liberale gegen Konservative. Machen wir mal das hier, um das ein bisschen zu pushen. Die Armen haben wir Happiness 84, die Wealthy nicht so. Die Jugend hat 28, die, dann machen wir das hier. Okay. So, dann halten wir jetzt mal eine Rede für ein neues politisches Kapital. Oh, das bringt richtig was. Das bringt richtig was. Oha. Es geht richtig hoch. Man hört es an dem Ton. Ja, ich tue jetzt auch was für die Kapitalisten. Das sieht so aus, als ob wir richtig was dazu gewinnen. Kapitalisten plus 15% Umfrage, die Jugend plus 15%. Ähm, ja, großartig. Das hier ist wirklich super. Das war eine Mörderrede. Ich habe Angst, auf die Popularität zu klicken und unser Defizit ist weiter runtergegangen. Gucken wir uns das mal grafisch an. Die Weltwirtschaft ist weiter auf dem absteigenden Ast, aber unser Bruttoinlandsprodukt ist kaum davon beeindruckt. Unsere Schulden steigen weiter. Ja, das ist ein Problem. Aber wenn die Weltwirtschaft wieder anzieht, um Gottes Willen, wir sind auf einem richtig guten Weg. Richtig guten Weg. So, jetzt haben wir noch acht. Was machen wir damit? Im Zweifel die Wirtschaft fördern. Tja. Oder Public Services. Wir haben gerade echt was 56 Das ist, hat eine gute Zustimmung. Das kostet auch nicht viel. Stamp out Racism Week. Die können wir mal volles Mette rein knüppeln. Und wir haben null. Das heißt, nächste Runde. So, Obesity ist vorbei. Kirsten Brooks möchte Needle Exchange Program. Super. Will ich volles Geld für ausgeben, weil es tut direkt was für die Gesundheit. Und wir haben wir haben ein Gesetz Entwurf. Ein neuer Gesetz Entwurf sorgt dafür, dass Großunternehmen Einheiten verurteilt werden für Mord. Wenn man nachweisen kann, dass es ist, irgendeine Firma sorgt dafür, dass schlechte Arbeitsbedingungen zum Tod eines Mitarbeiters irgendwo kann diese Firma für Mord angeklagt werden. da würde ich doch mal sagen, pass the law. Kapitalisten find es doof. Krass, oder? Liberale und Faith Union find super. Das ist doch schön. Die Situation imminent ist Gig Economy. Stehen wir wieder kurz davor. Ja, unsere Popularität ist im Grünen so kurz vor der Wahl. Die Rede halten hat sich richtig gelohnt. Was sind unsere Probleme? Die Proteste kommen wieder ein bisschen um die Ecke. Die überfüllten Krankenhäuser stagnieren. Die Asthma Epidemie hat einen Knick gemacht und die Doctor Strikes stagnieren auch. Tja, unser Defizit entwickelt sich weiter wirklich gut, muss man sagen. Noch zwei Runden bis zur Wahl. Ich bin so gespannt, Leute. So, achso, ich habe ja gerade schon Needle Exchange Programm eingeführt. Ich habe nur noch 4 politisches Kapital, also ich tue mal was für die Farmer, indem ich City Farms einführe. Ist nicht wirklich teuer und die Farmer finden es großartig. Gehe ich mal hier hin, da haben wir nur noch einen und dann machen wir nächste Runde. Ja, aber unser Einkommen steigt, Horstie. Also Expenditure, aber Defizit waren wir eben vor zwei oder drei Runden waren wir bei 330 oder sowas. das Defizit wird kleiner. Ich nehme da schon kleine Schritte als was Positives war, würde ich jetzt einfach sagen. So, nächste Runde. Spreading Fake News. Diplomatic Immunity. Oh Mann, ein Diplomat wird beschuldigt, dass jemand einen Bürger in einem Auto crash. Das ist ein Ereignis. Jeder findet es doof, Patrioten finden es doof. Auslandsbeziehungen sind doof. Patrioten Mitglieder steigen. Wir können wieder eine Rede halten. Wir können Wahlversprechen abgeben und Tonight Headlines es geht um Death Penalty. So würde ich ja total gerne abschaffen. Tja. Ich habe keinen Signifikanztest dafür gemacht. So wir haben 17 Kapital unsere Popularität ist gut wir müssen Wahlversprechen machen. Also erst mal wie sieht es denn überhaupt hier aus? Mann ich habe keine Aktivisten und keine Mitglieder. Ich habe Mitglieder und Spender. Okay das sieht okay aus. Ich könnte wieder eine Rede halten. mache jetzt erstmal Wahlversprechen. Human Development wir haben 63 wir sollen uns um 50% erhöhen. Also auf also 50% von 63% sind 31,5% auf die drauf das ist hart zu machen. Income Tax werde ich nicht cutten wir haben so ein Defizit das geht nicht. GDP um 50% erhöhen kriege ich nicht hin. 65 das ist wahrscheinlich unmöglich. Secularization of Education also Rise da bräuchte ich 36 das kriege ich nicht hin. Private Prisons nein Alkohol weiß ich nicht ob ich das versprechen möchte Armed Police cut by 50% sofort Armed Police cut by 25% Jo Liberale und das ist okay ja das kriegen wir hin Prisons Raise by 50% ja cancel Prisons Raise by 50% das verspreche ich doch auch mal das gibt mir nochmal Zustimmungswerte das ist doch super zwei Wahlversprechen mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht machen wir haben noch 15 wir können jetzt vor der wahl gucken was können wir machen können wir noch eine steuer einführen ich würde sagen wir gucken mal hier bei verkehr wo wir was super beliebtes haben free bus passes kostet natürlich aber ich würde sagen free bus passes können wir einführen auf einem niedrigen level gehen wir mal drei milliarden für aus und dann geht es zur wahl liebe freunde es geht zur wahl ich bin gespannt wie viele opfer wiedergewählt werden popularity ja aber kriegen wir die nicht wähler aktiviert die test party und unsere gegner the eternal freedom party majority wir haben 81 prozent der stimmen aber 60 prozent nicht wähler um gottes willen 60 prozent nicht wähler die müssen hier scheiß politik machen und ja abgefahren abgefahren breakdown parents finden uns richtig doof trade unionist also gewerkschafter jugend puh dabei haben wir so viele gute sachen gemacht ja tja das war's erstmal für dieses democracy 4 video herzlichen dank fürs zusehen wenn ihr zeit habt lasst ein like da empfehlt es weiter schreibt einen kommentar würde mich wirklich sehr freuen ansonsten kommt doch mal dienstags auf twitch.tv slash andere lampe vorbei dienstags gibt es dort immer dienstags politik mit der politikwissenschaftlerin romy höhne ich wünsche euch einen schönen tag des